2,1 Millionen Kinder in Deutschland armutsgefährdet, jeder siebte unter 18 betroffen, besonders betroffen sind Kinder von Alleinerziehenden, Migranten und Langzeitarbeitslosen. Diese Kinder haben oft weniger Chancen auf eine gute Bildung und damit auch auf ein besseres Leben. Die Armutsgefährdung von Kindern hat langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft, da sie später oft selbst arm bleiben und das Armutsrisiko an ihre eigenen Kinder weitergeben. Es ist wichtig, dass die Politik Maßnahmen ergreift, um armutsgefährdete Kinder zu unterstützen und ihre Chancen auf eine bessere Zukunft zu verbessern. Dazu gehören etwa eine bessere Kinderbetreuung, Bildungsförderung und Unterstützung für einkommensschwache Familien. Nur so kann verhindert werden, dass die Armut von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft, allen Kindern die gleichen Chancen zu ermöglichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017